Herzlich Willkommen meine Damen und Herren zu einem kurzen Mini-Video. Ich bin eben erst heimgekommen und jetzt ist ja gleich Livestream. Also in, meine Güte, 17 Minuten. Ich muss doch schnell das Video machen und noch Skins raussuchen. Aber kurze Info an euch, jetzt das Livestream in 22 Uhr. Gestern das Liga-Spiel, unser erstes 99-Spiel in der neuen Season und zwar in Season, wir sind in, wie heißt das da, Episode, keine Ahnung, 5. Ähm, da haben wir jetzt gewonnen, gestern. Beide Runden auch ganz gut. Also das erste haben wir, glaube ich, 16-13 gewonnen. Das war unsere Map und deren Map, äh, das 2 ging sogar noch besser mit 16-8 für uns oder 16-9 oder sowas. Ähm, das war wirklich nice und ja, ein guter Start auf jeden Fall in diese, in diese neue Season-Division. Jetzt weiß ich, was ich meine. Wir sind ja nicht in der Starter-Division, sondern in der Division 5, mit irgendwelchen Zahlen noch. Also es gibt da ja auch in der Division 5 verschiedenste Unterpunkte. Und ja, das erste Spiel lief sehr gut. Jetzt ist Livestream, kommt dazu, meine Damen und Herren. Giveaways! Und so weiter und so fort. Ähm, ja. Wir sehen uns dann gleich. Ich muss noch meine Hände waschen. Die sind noch komplett da oben. Ich meine, gut, ist jetzt ja nicht schlimm für die Maus, solange unten alles mittelmäßig sauber ist. Aber, schi. Ich muss da mal, ich muss da mal ran, Leute. Also ich bin gleich, ich bin da gleich im Stream, ne? Link ist in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar.